Oh man! Okay. 750. Ah shit, ich hab mir keinen verkackten Marker gesetzt. Das ist aber 100 pro machbar. Oder sowas von. Ich hab eben grad für diesen Kack-Trick hab ich schon 64, 35 Punkte bekommen. Zaaack! Ich bin der King, Bitch! Relativ unschön gerade das Bild. Weil ich bin Wortslide irgendwie hässlich. Okay, der Spot ist finito! Ja. Ja! Jetzt ist alles wieder... Weil der Spot wieder an ist. Alles schön farbig hier! So hätte das Spiel die ganze Zeit sein müssen. Jetzt ist es wieder farbenunfroh. Farbenunfroh! Wisst ihr Bescheid? So. Dann nehmen wir... Fangen wir hier oben an direkt. Das da. 550. Jetzt hab ich das schon wieder nicht vorgelesen, ey! Mann! Ach! So. Ich lese vor. Ähm, kurvenreich. Ich... Hier ist... Wenigkeit... Äh... Wenigkeit... Wendigkeit gefragt. Grinden ohne Ende. Ähm, ne. Na... Ja, gut. Aber grinden werd ich da nicht. Ich werd einfach nur... Okay. Nein! Jetzt hab ich mir wieder keinen Marker gesetzt. Och, Mann! Ich bin zu doof, ey! So. Jetzt spring da hoch! Du sollst da grind, du doof Cop! Hallo! Ich dachte, du wärst der Skater des Jahres. Und weißt, was Grinden heißt. Hm, unschönes Bild. Unschöne Landung, aber richtig unschön. Weiter! So. Der Spot wär abgehackt. Weiter! Weiter! So. Jetzt müssen wir uns hier wieder entfernen. So. Und... Nächster Spot... Wäre... Deysa. Deysa hier! In einer No-Skate-Zone. Zone. Wo ist der Typ? Hinter mir, okay. Zaaack! Das war... Der letzte Grind, der war schön, aber dann der Abgang nicht mehr so hoch. Ja. Das Ding ist finito. Jo. Fertig. Also, fehlen jetzt zwar noch ein paar, aber mit diesen Spots sind wir fertig. So. Ach Gott, ey. Hab ich eben Marker gesetzt? Ne, ne? Ich bin so selten stämlich. Damn luck! Ähm... Nehmen wir diesen hier. Hab ich eigentlich eben den hier wieder vorgelesen. Ich glaube nicht. Spießruten auf. Oh man! Warum lese ich das denn nicht vor? Treppenwitz. 777 Punkte. Durch Greativität auf den Treppen wirst du zum King dieses Bots. Mit dieser Maus werden sie zum King. Jeder... Keine Ahnung. Mit fetzigen Lichteffekten. Gib dich nicht mit den Standards zufrieden. Okay. Ab geht's. Ha! Ab geht's! Yeah! Nein! Ich hab mir keinen Marker gesetzt! Oh, jetzt geh mal hier raus aus dem Spot-Bereich. Dankeschön. So, jetzt bin ich wieder dahin. Ja! Dahin. Ja. Spot-Marker setzen. Warum springst du denn nicht ab? Der ist aber irgendwie... Irgendwie ist das... Das leckt irgendwie ein bisschen. Der ist so langsam. Warum? Nein! Ich jetzt... Oh, ey. Das kann nicht sein. Ja, komm, mach schneller. Dahin. Dahin will ich. Dankeschön. So. Schön. Und schönes Bild. Abgang war okay. Doch, war schön. Alter! Der Spot ist erledigt! Ja! Und wir reisen jetzt direkt zum nächsten Spot. Nein! Nein! Hallo! Ich will das nicht! So. Zum nächsten Spot. Jetzt haben wir noch zwei. Äh, ja. Ups. Scheinten haben wir jetzt zweimal die X-Games. Okay. Geht... Machen wir erstmal das hier. Snakes Bank. 500 Punkte. Arbeite dich. Die Treppe nach unten. Mit Grinds Gaps und... oder beidem. Okay. Marker setzen. Ganz vergessen wieder. Das war falsch. Ich nehme mal hier die Seite. Ah, okay. Da ist ein Rail. Sieht man gar nicht von hier so gut. Obwohl, kann ich da drüber einfach springen? Oder so? Unschönes Bild. Voll gegen die Nitranten gefahren. Also, solange wir die Sache geschafft haben. Ist doch... 1a. Supi du pi. So. Wir müssen uns wieder jetzt hier von dem Spot entfernen. Habe ich jetzt, glaube ich, schon wie oft gesagt. Ähm... Und... zum nächsten Spot... beziehungsweise zum letzten Spot. Da hin. Ja. Okay, Marker setzen. 500 Punkte. Würden wir, glaube ich, schaffen, wenn wir einfach nur hier runterspringen, ne? Ha. Ha. Wenn wir's landen würden. Ich würd gern da drauf grinden. Weil wenn schon so weit da ist, dann sollte man das auch nutzen. Muss ich auch anscheinend. Boah, die Kamera, ey. Dann machen wir's jetzt anders. Wenn du hier nicht willst... Ja, wenn du hier nicht willst... Ja, wenn du hier nicht willst... Ey. Ich... Jetzt muss ich mich mal hier grad anders hinsetzen. Anscheinend kann man da gar nicht dran grinden. Ja. Sieht so aus. Was mach ich denn jetzt? Aber... Das hab ich grad wieder nicht vorgelesen. Kann das sein? Mach ich jetzt aber auch nicht, weil ich grad hier bin. Okay, man kann dran grinden. Ey. Mein Gott. Ich bin über jemanden drüber gesprungen. Es muss 50.000 Punkte geben. Mindestens. Das ist schwer. Warum hab ich mir das jetzt wieder zum Ende... ...ausgesucht, bitte? Oh, wir haben nur 15... Ne, 51 Punkte gefehlt. Jetzt haben wir nur 45 gefehlt. Was? Ja. Unschön. Alles komplette Sprung war unschön. Alter. Wir haben alle Spots gerockt. Äh... Ja. Neues Produkt. Crooked Guest Board. Guest? Gast? Gast? Keine Ahnung. Hallo. Wir würden dir gern ein Guest Board geben. Wer wir sind? Crooked. Crooked. Gut. Ähm, mal gucken, ob wir das so jetzt schon finden. Ein Guest Board. Mal gucken, wie das aussieht. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Spots geowned. Deck. Skate. Hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä-hä. Ich kann's mir nicht angucken. Ich kann mir das so von meinen Sponsoren angucken. Ach, ja. Ähm, ich will verloren gehen, ja. Äh. Dann fahren wir jetzt gerade noch zu... Wie heißt der Typ? Zu dem einen Typen da. Hier, Slappy. Nein. Slappy. Slappy, 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 Slappy. Da. Ja. Mal gucken uns da gerade noch das Board an. Jo. 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 Jo, treffen wir uns später? Ne, ne, ne. Sorry. Nur Bargates. Kaufe mir irgendwas. Nö, kauf mir irgendwas. Ey, sogar Prozen müssen im Menübildschirm abhängen. So, mal gucken, ob wir jetzt gucken können. Äh, Skateboard, Deck. Genau. Crooked. Nehmen wir das gegeben. Das ist da wahrscheinlich, weil das ist gratis. Ja, ich glaube, das war das hier. Das hier. Gut. Ja. Jetzt fahren wir zu den X-Games. Yay. Der letzte Abschnitt des Spiels. Gleiches Board, anderes Design. So, verlassen. Und wir fahren jetzt zu den X-Games. Nur ich weiß auch nicht zu welchen, weil die sind zwei. Mal gucken, was bei dem einen steht. Mal gucken, was bei dem anderen steht. Okay. Äh, Mega Ramp. Street. Ähm, machen wir zuerst Street, weil Mega Ramp ist lustiger. X-Games, Skateboard Street. Eine Runde, Street Jam und drei Best Trick Runden über riesige Obstacles. Die Richter bewerten jede Runde und vergeben maximal 100 Punkte. Hol dir den höchsten Durchschnittsscore und Gold zu gewinnen. Oh mein Gott, das wird schwierig. Alter. Oh, neuer Park. Ich guck mich hier jetzt erstmal und falls ich kann. Okay. Anscheinend darf ich mich hier noch nicht umgucken. Schade.